Nenn ich mal ja... Warte! Ich bin gleich da! Scheiße! Planen wir uns! Kriegst du das von deiner Seite aus wirklich hin? Was sind hier welche? Vergiss es! Ich brauch keinen scheiß Taucheranzug! Er braucht keinen scheiß Taucheranzug? Ich hab gedacht, er hat sich ziemlich wohl gefühlt in seinem Ich denke, er ist auch sauer, dass er seine nicht mehr hat Das kann ich ihm nachfühlen Ah ja, hier schließen sich gerade alle Tore Oh yeah, oh yeah, oh yeah Ausgewechselt und zwar Einige müssen sich schon kennen Die K-Vault Eine von den geilsten Waffen hier bei Crystals 3 Also, nur um es zu zeigen Elektromonie Aber nur göttlich Jetzt müssen wir hier F um Zug benutzen Kontrollpunkt erreicht Oh, okay Oh, okay Wir treffen uns weiter vorne wieder Okay Roger Roger, genau Rücke vor Hier rennen wir gleich, mach ich gleich Wir rennen noch mit einem Haufen Gegner rum Alles markieren und dann Sehen wir ja weiter Weil irgendwas nützliches Nein Okay, dann starten wir mal Ah, wow 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 Bevor der uns sieht Achso, wir sind noch unsichtbar Okay Können wir nämlich durch die Scheibe schießen Können wir uns da runter verstecken Also Einschlüsse und die sind Erledigt Das ist geil an der An dieser Waffe Ach, ich glaube wir gehen mit dem Bogen vor Der ist einfach Technischer Besserung Aber wir können uns die Pfeile ja wieder aufsammeln Aufsammeln Aber wir bleiben einfach ohne entdeckt Aber wir bleiben einfach ohne entdeckt Oh man, der versteckt sich V-Boh, wie bloß das denn genau So, muss ich noch was an Pfeilen Nummer eins Was ist hier los? Feuer frei, halt ihn in die Flanke Wo ist der zweite Pfeil? Wo, wo, wo? Na natürlich hier Flankliere das Ziel Ach, ich hab schon alle aufgesucht Boah Ich weiß glaube ich warum Da fliegt der ja im Zupfer Ich glaube ich weiß so langsam mal Warum die alle mit so nem Schutzanzug hier durch die Gegend rennen Man Wie der da oben Weil Soviel ich weiß Befinden wir uns hier in so einer Art Atomkraftwerk Ich beweise es euch gleich Shit, 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 alter Nein, 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 nein Der ist verschwunden Der ist verschwunden Alter, Mann Bin ich erschrocken Was kommt der von da oben, Alter? Der ist verschwunden Der ist verschwunden Bin ich erschrocken Was kommt der von da oben, Alter? Was kommt der von da oben, Alter? Hilfe! Hilfe! Gerade nochmal Fluggegangen Alter, Mann Ey, ich bin nicht erschrocken Ich weiß nicht wie es euch geht, aber Boah Den ging es anscheinend nicht so Ja, und zwar folgendermaßen Ach nein Ich glaub das hier ist irgendeine Art Bohrer Ich glaub das hier ist irgendeine Art Bohrer Ja, 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 ja War doch ein Headshot, oder? Ich geb euch Feuerschutz Ich geb euch Feuerschutz Zumindest das Ich hoffe das waren alle Ah, ne, das ist noch einer dazugekommen Und der versteckt sich auch noch Ich hab noch gelebt Jo, ich hab noch gelebt Ok, jetzt hier Hier scheint noch ein Waffendepot zu liegen Hier noch durch Ah, müssen wir uns ducken Achso, ne, geht gar nicht Abi hat's da nicht für Alles aufschnappen Hier geht's anscheinend schon weiter, aber Immer gründlich sein Immer schauen, gibt's noch irgendwo Irgendwo, ich seh noch was besonderes Pfeil, den hole ich mir gleich Ok Gut Ab, das war's glaub ich Psycho, nähere mich nächstem Sektor Psycho? Ja Verstanden Mann stirbt Ich hab das Gefühl, hier werden die geskinnt Sieht ziemlich danach aus, ne Oder? Hier fehlen aber die Hand- und Fußfesseln Hm, naja Können wir nix drücken Können wir nix drücken Ok Und zwar Yay Hier, das nämlich, so wie's aussieht Ja Wie heißt das nochmal? Die Brennstäbe, genau Hundertprozentig Und hier werden sie einfach so durch die Gegend gefahren Ok, deswegen Ich hab'n die hier alle im Schutzanzug rum Verständlich, aber sie sterben ja eh gleich Oh man Oh man Oh, EMP, Alter Nein, 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 nein Man, die Idiot hat nicht mal alles markiert Das ist ein Fehler, immer erst alles markieren, also Nein, nicht schon wieder Er versteckt mich Schnappt ihn euch Alter Das EMP kackt, äh, kackt wirklich an Ich mal in Ruhe markieren, lass sie einen Ja natürlich, ihr seid zu Spielverderber, dann muss ich mich natürlich tun Oha, die haben K-Walls Ok, das wird lustig Er kann nicht weit sein Holen wir ihn auf Feuer, attackiert eurem Dunkel Das wird echt lustig Er jagt uns Achtung, EMP Ich sichere dich Versteh ihn Verwegt euch Lauf doch, genau Lauf doch, genau Alte, Eckschnager Aaaaaaah Ich muss jetzt mal ruhen lassen hier Wir wollen ja nicht gleich am Anfang krepieren Ok, einer fehlt noch, oder? Ja, einer fehlt noch Granaten haben wir noch keine Du nicht mehr Dessen bin ich mir sicher Nicht aufgeladen, ok So Da ist eine Waffenkiste Jetzt schocken wir mal hin Ja, hier sind die Granaten, ok Wenigstens haben wir jetzt welche Ja, ich weiß wie man die Granaten ausrüstet, ich habe das Tutorial gemacht Pfeile über Pfeile Waffen über Waffen Aber nichts interessantes mehr Nein Jetzt schocken wir mal weiter Wo müssen wir denn hin? Da hinten Da Ich denke auf die andere Seite Dann können wir wieder runter Lalalala Ok, die ersten Funken schon wieder durch die Gegend Also die EMP ist Eine geile Waffe für die gesehen Für mich gesehen ist sie Nicht so toll Weil meine gesamte Energie von meinem Anzug dadurch verloren geht Ok, und super Sprint Ok, hier geht es jetzt lang Und hier lag auch nichts mehr Doch, eine Pfeilkiste Ah, siehst du ja immer fast übersehen Aber ich habe schon alle Ja dann Was kommt jetzt? Ja, das ist Ja, das ist